Ich sehe, unsere heutige Veranstaltung wird aufgezeichnet. Dann sage ich ganz offiziell herzlich willkommen zum heutigen Online-Event auf eTeaching.org. Ich begrüße ganz herzlich die Referentin unserer heutigen Veranstaltung, Vera Gehlenbaum von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, die ich gleich auch noch ein bisschen ausführlicher vorstellen werde. Und ich begrüße Sie alle, die sich zur heutigen Veranstaltung eingeloggt haben. Das ist ja die erste Veranstaltung im Jahr 2015 und ich denke, es ist auch noch früh genug, Ihnen allen ein gutes neues Jahr zu wünschen. Mein Name ist Arne Thielosen und ich freue mich, dass ich dieses Event moderieren kann. Die heutige Veranstaltung findet ja statt im Rahmen des eTeaching.org Themen-Specials mobiles Lernen. Und mit dem Stichwort mobil verbindet man ja häufig das zu jeder Zeit und an jedem Ort, also die Mobilität der Lernenden. Aber heute soll es um etwas anderes gehen, nämlich darum, dass durch die Mobilität der Geräte, die die Studierenden inzwischen ja alle in der Tasche haben, sich auch die klassische Präsenzlehre verändert. Ganz vor wenigen Tagen gab es dazu noch einen Artikel in der Taz, wo ein Lehrer forderte, Smartphones an Schulen zu verbieten, weil sie zu sehr ablenken. Und genau dieses Stichwort Ablenkung haben wir ja auch im Titel unserer heutigen Veranstaltung und dass jetzt schon so viele zugeschaltet sind, zeigt auch das große Interesse an diesem Thema. Ich habe auch schon von vielen Lehrenden gehört, dass sie eigentlich die Ablenkung fürchten. Wir haben auf unserer neuen eTeaching.org Facebook-Diskussionsgruppe mal danach gefragt. War das Echo ein bisschen anders? Aber vielleicht liegt es daran, dass da gerade so viele E-Learning-Interessierte drin beteiligt sind. Naja, und natürlich ist es genau der Grund, warum wir dieses Thema heute mal in der Veranstaltung diskutieren wollen, dass es nicht nur so um das eigene Gefühl geht. Lenken die Geräte jetzt mehr ab oder sind sie eine Chance, sondern uns das mal auf der Grundlage von Studienergebnissen zu betrachten, nämlich den Studien unserer heutigen Referentin. Bevor ich Frau Gehlenbaum vorstelle, hier noch ganz kurz einige Hinweise zum Ablauf der Veranstaltung. Der Vortrag wird etwa 30 bis 40 Minuten dauern, sodass dann im Schluss noch Gelegenheit zur gemeinsamen Diskussion besteht. Sie können auch gerne während des Vortrags schon Fragen im Chat stellen. Ich werde den Vortrag aber nur dann unterbrechen, wenn die Fragen wirklich ganz dringend in dem Moment zum Verständnis notwendig sind. Ja, es freut mich sehr, dass wir Frau Gehlenbaum als Referentin für unsere heutige Veranstaltung gewonnen haben, denn ihre Studie ist tatsächlich die einzige, die mir zu diesem Thema bekannt ist. Frau Mag. Gehlenbaum hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Pädagogik studiert mit den Nebenfächern Informatik und Psychologie. Sie interessiert sich insbesondere für die Themen Kooperationsskriptforschung und auch dafür, welche Unterstützung Studierende in bestimmten Lernumgebungen brauchen. Und bereits während ihres Studiums hat sie sich in einem Projekt der Lehr- und Lernforschungseinheit Programmier- und Modellierungssprachen zum Thema Soziale Medien in der Hochschullehre befasst. In ihrer Doktorarbeit geht es um die Verbesserung von Lehr- und Lernaktivitäten genau in Vorlesungen, also unser heutiges Thema. Und dann kann es losgehen und ich übergebe das Wort an Sie, Frau Gehlenbaum, und schalte auf Ihre Präsentation um. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen, die ich darüber ein wenig keinen einzigen gesehen habe. Aber ich glaube, das wird auch gerade im Bereich mit Lernen, mit neuen Medien, mit Sicherheit eine interessante neue Erfahrung werden. Wie gesagt, wie die Frau Tiedersen gerade schon gesagt hat, spreche ich heute über die mobilen Geräte in der Präsenzlehre und da eigentlich ausschließlich über Vorlesungen. Also große Veranstaltungen, von denen eigentlich ja jeder von Ihnen zumindest mal eine besucht hat oder zumindest die meisten von Ihnen schon mal welche besucht haben und wahrscheinlich auch der ein oder andere von Ihnen bereits selber welche gegeben hat. Das heißt, Sie haben eine gewisse Vorstellung darüber, wie Vorlesungen abzulaufen haben, also wie das auszusehen hat. Und Sie haben auch sicherlich gewisse Erwartungen, wir warten, dass die Folie weiterschaltet, an die Studierenden in dieser Lehrform. Das heißt, wir erwarten eigentlich, dass Studierende aufmerksam sind, also so wie die Studierenden in dem ersten Bild, dass sie zuhören, dass sie sich vielleicht auch melden, mitarbeiten oder zumindest Mitschriften anfertigen, um so wirklich an den Inhalten teilzunehmen. Also Aufmerksamkeit ist hier ganz sicher ein Stichwort. Aber wir wissen auch, dass das eigentlich an ganz, ganz vielen Stellen vielleicht nicht ganz der Realität entspricht. Wir haben nicht diese kleinen Gruppen in Vorlesungen, sondern wir haben diese riesigen Vorlesungssäle, wo der Dozent eigentlich noch nicht einmal wirklich mitbekommt, was in den hinteren Reihen passiert, wie die Studenten sich überhaupt einbringen können. Die Studenten nutzen in der Zeit ihre Laptops, so wie man das auf dem oberen Bild sieht, zum Teil auch nicht unbedingt für vorlesungsnahe Aktivitäten. Und wenn man auf Google Studenten in Vorlesungen eingibt, ist das untere Bild das, was man am häufigsten findet. Also Studenten nutzen die Vorlesung für irgendwas, weil sie durch die Vorlesung nicht angesprochen werden. Dann ist aber eigentlich meiner Meinung nach die erste Frage, die wir stellen sollten, was ist eigentlich eine Vorlesung und für was ist eine Vorlesung gedacht? Und die Definitionen von Vorlesungen, die man so im Internet oder auch in der Literatur findet, beziehen sich eigentlich hauptsächlich darauf, wie die Vorlesung gehalten wird. Wir haben einen Dozenten und wir haben eine große Anzahl von Studierenden. Das ist sicherlich richtig. Aber meiner Meinung nach ist das Ziel einer Vorlesung eigentlich das, was sie auch definiert. Und zwar ist es die Wissens- und die Informationsvermittlung. Vorlesungen, gerade im Bereich des Bachelor, geben häufig einen Überblick über ein Fachgebiet, über Themengebiete, so diese Einführungsveranstaltungen oder vertiefen spezielle Aspekte eines bestimmten Fachgebiets. Das heißt, hierbei wird ganz, ganz häufig Faktenwissen vermittelt oder Kompetenzen, wobei die Kompetenzen, die in Vorlesungen vermittelt werden, häufig auch als Faktenwissen dargestellt werden. Also die, man zeigt, wie etwas berechnet wird und zeigt es aber nicht, dass die Studenten es selbstständig irgendwie erarbeiten können, sondern hier wird Faktenwissen vermittelt. Wissen wird im Rahmen einer traditionellen Vorlesung als Entität angesehen. Das ist also eigentlich die Idee des Kognitivismus, was man hier sieht. Das Wissen etwas ist, was abgeschlossen ist und was von Person A, dem Dozenten, an Person B, die Studierenden, weitergegeben werden kann. Und dafür ist das aufmerksame Zuhören bei den Studierenden die Notwendigkeit. Aber mit immer mehr konstruktivistischen Einzügen, die man in der Lehre findet, wird dieser Anspruch des Konstruktivismus auch an die Vorlesungen gestellt. Das heißt also, wir wollen mehr Aktivität in der Vorlesung. Und viele Dozenten auch heute schon bemühen sich um Aktivität in Vorlesungen. Und das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum viele Universitäten in Hörsälen zum Beispiel die mobile Endgeräte erlauben. Weil sie eigentlich einen Studenten haben wollen, der sich aktiv beteiligt, Fragen stellen kann, irgendwas nachschlagen kann. Und das ist auch das, was man immer wieder hört. Ja, dann können die Studenten sich ja tiefer da rein einlesen. Also, welche Instruktionen sind in einer Vorlesung eigentlich dann gewünscht oder anzusehen, anzutreffen? Auf der einen Seite haben wir den Vortrag selbst, also eigentlich das, was man in der Vorlesung erwartet zur Wissensvermittlung. Zusätzlich kann ein Vortrag aber auch mit Beispielen angereichert werden. Und das ist eigentlich auch eine Notwendigkeit, weil Beispiele helfen den Studierenden, abstrakte Sachverhalte besser zu verstehen. Zusätzlich haben wir diese anregenden Instruktionen. Anregende Instruktionen sollen dem Studierenden helfen, über Sachen nochmal selbstständig nachzudenken und dadurch sich aktiv mit den Aspekten auseinanderzusetzen. Aktivität an dieser Stelle ist nicht notwendig, weil sie dann etwas Beobachtbares, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Anregende Instruktionen sollen also helfen, auch eine Struktur zu vermitteln, zum Beispiel durch Wiederholungen am Anfang und am Ende der Veranstaltung. Durch das Stellen von Fragen, die dann Studenten beantworten können oder auch durch das Geben von Feedback. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, man erwartet dann bei den Studenten eine gewisse Aktivität. Und das kann man eigentlich in beobachtbare Aktivität und nicht beobachtbare Aktivität unterteilen. Beobachtbare Aktivitäten entstehen zum Beispiel nach Fragen. Der Dozent stellt eine Frage und die Studenten antworten darauf. Das ist eigentlich die Aktivität, die wir uns in Vorlesungen wünschen. Also wie bei dem ersten Bild, was ich gezeigt habe, wo die Studenten engagiert da saßen, sich gemeldet hatten. Das kann man sehen. Es gibt in der Vorlesung aber auch viele nicht beobachtbare Aktivität. Nicht beobachtbare Aktivität an der Stelle heißt, dass sich die Studenten regelrecht passiv erscheinen. Aber es kann sehr gut sein, dass sie sich in dieser Zeit sehr intensiv mit neuen Informationen auseinandersetzen. Und diese versuchen zu verarbeiten und an Vorwissen anzugliedern. Das heißt also, nicht dadurch, dass Wissen, dass Aktivität nicht sichtbar ist, heißt nicht notwendigerweise, dass sie passiv ist. Das ist aber etwas in Vorlesungen, was eigentlich eine sehr wichtige Sache ist. Etwas anders wird das, wenn man... Entschuldigung. Das heißt also, in dem Moment, wo sie nicht beobachtbar ist, kann es sich trotzdem darauf auswirken, dass es sich dann auf die Aufmerksamkeit auswirkt. Sie sind in der Zeit dann trotzdem aufmerksam und sie versuchen hier, sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen. Das heißt, sie folgen dem Dozenten. Das ist aber nicht notwendigerweise sichtbar. Hier kann es auch Aspekte wie Mindwandering geben, wo also die Studenten abwandern, weil es doch nicht interessant ist, aber es ist nicht sichtbar. Und in vielen Studien zur Aufmerksamkeit wird eigentlich nur die Auswirkung von Aufmerksamkeit getestet, weniger der Verlauf. Und da gibt es eine Studie von Stuart & Rutherford, die zeigt, dass also die Aufmerksamkeitsverlaufkurven am Anfang der Vorlesung sind Studenten nicht aufmerksam. Dann gibt es eine, nach so 5 bis 10 Minuten sind sehr viele Studenten aufmerksam und danach fällt es aber selbst in einer 50-minütigen Vorlesung sehr rapide ab. Und das hier sind Selbsteinschätzungen der Aufmerksamkeit von Studenten. Wenn man jetzt aber mobile Endgeräte mit in die Vorlesung einbaut und Studenten dürfen ihre mobile Endgeräte nutzen und man beobachtet die, hat man nicht nur eine sichtbare, wo die Aufmerksamkeit der Studierenden an der Stelle ist, sondern wir bekommen zusätzlich Informationen, auch wie sie diese Endgeräte nutzen. Und wir haben das in vier verschiedene Aspekte unterteilt. Wir haben einmal die vorlesungsnahe Nutzung und die vorlesungsferne Nutzung. Vorlesungsnahe Nutzung heißt, die Studenten tun etwas, was positiv für die Vorlesung ist oder für ihren Wissenserwerb. Das heißt, sie fertigen Notizen an, sie suchen nach neuen Informationen, sie schauen die Folien an. Vorlesungsferne Aktivitäten sind die, die eigentlich als Ablenkung beschrieben werden. Also sie surfen auf Facebook, sie beantworten E-Mails, sie schauen sich Videos an. Diese Nutzung von den mobilen Endgeräten kann fokussiert sein oder peripher. Fokussiert heißt, die Aufmerksamkeit der Studenten ist tatsächlich auf dem mobilen Endgerät. Also sie schreiben wirklich Notizen auf ihrem Laptop und tippen. Oder sie lesen den Foliensatz. Wenn sie die periphere Nutzung vorlesungsnah haben, dann ist es, sie haben den Foliensatz zwar geöffnet, aber beschäftigen sich mit etwas anderem. Das kann etwas Positives sein, dass sie zum Beispiel dem Dozenten folgen. Es kann aber auch etwas sein, was eigentlich auch Ablenkung ist. Sie quatschen mit dem Nachbarn. Und auch die vorlesungsfernen Aktivitäten kann man peripher nutzen. Das heißt also hier beschäftigen sich die, also Facebook ist offen, aber sie reden gerade mit dem Nachbarn und gucken immer mal wieder darauf, was passiert. Das heißt also, wenn wir hier uns die mobilen Endgeräte und die Nutzungsform anschauen, sehen wir nicht nur, wie die Nutzung selber ist, sondern wir sehen auch, wie der Aufmerksamkeitsverlauf ist. Und das haben wir uns dann in dieser Studie auch angeguckt. Die erste Fragestellung, auf die ich eingehen werde, ist die Vortragskomponenten. Also was tut der Dozent? Wie bereitet der Dozent eigentlich seine Vorlesung auf? Und die zweite Frage ist dann, wie nutzen Studierende ihre mobilen Endgeräte in der Vorlesung? Das führt dann zur dritten Frage. Wie verändert sich eigentlich der Instruktionsverlauf der Studierenden, aber auch der Instruktionsverlauf der Dozierenden? Und wir haben uns dann auch angeguckt, ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt. Zur Methode selbst. Für diese erste Studie habe ich 21 Vorlesungen mir genauer angeguckt und habe 21 Dozierenden untersucht. Davon war eine Frau und die restlichen Dozierenden waren Männer. Davon haben wir 16 aufgezeichnete Vorlesungen aus dem Internet genommen. Das heißt also, Universitäten stellen ihre Vorlesungen online und wir haben die runtergenommen und haben die analysiert. Und fünf Vorlesungen haben wir nochmal zusätzlich selber aufgenommen an der HTW in Saarbrücken und der Universität des Saarlandes. Und haben diese Vorlesungen auch nochmal auf der Dozentenseite analysiert. Aber zusätzlich haben wir die Studenten beobachtet. Und zwar haben wir 86 Studierende mit 91 mobilen Endgeräten beobachtet, wobei eigentlich das mobile Endgerät unser Fokus ist. Das heißt also, wir können nicht die Studenten beobachten, das dürfen wir nämlich an der Stelle nicht unbedingt. Sondern wir haben wirklich die mobilen Endgeräte untersucht und haben hier auch keine persönlichen Daten erfasst. Also wir haben gesagt, okay, Person X hat Facebook genutzt, aber was sie da genau machen konnte, darf man nicht erheben. Die DFG-Richtlinien sagen, keine personenbezogenen Daten. Wir haben zusätzlich, haben wir Fragebögen erfasst von 664 Studierenden. Das waren auch die, oder 664 Studierenden. Wir haben auf 685 Studierende gezählt. Warum kommt es da zu einer Differenz? Die Fluktuation in einer Vorlesung ist, zumindest in den Vorlesungen, die wir gesehen haben, extrem hoch gewesen. Das heißt also, Studierende kamen später, Studierende gingen früher. Und da kam es dann, ja, die Anzahl, die wir gezählt haben, waren ungefähr in der Mitte der Vorlesung. Aber nicht alle waren zum Ende der Vorlesung noch da. Die Beobachtung selber sah folgendermaßen aus. Wir haben uns hinter die Studierenden gesetzt und haben da nochmal eine Auswahl getroffen. Das heißt also, wir waren zwischen 5 und 9 Beobachtern und konnten dementsprechend natürlich nicht die gesamte Vorlesung abdecken, sondern wir haben von den Studenten, die mobile Endgeräte dabei hatten, Laptops oder solche Sachen, haben wir einen Anteil einfach nur beobachtet und zwar so viele, wie wir einfach erfassen konnten. Wir haben hinter den Studenten gesessen und haben auf den Laptop geguckt, so wie Sie jetzt gerade bei der Studentin auf den Laptop gucken können und haben da dann geguckt, was sind die Aktivitäten, die anfallen. Sind die vorlesungsnah oder sind die vorlesungsfern? Entschuldigung, wenn ich gerade kurz unterbreche, weil es gab eine Frage, die glaube ich wichtig ist und zwar dazu, wie viele Studierende jetzt jeweils wie viele Geräte hatten. Das war auf der Folie jetzt glaube ich zwei Folien zurück. Genau. Also insgesamt haben knapp 50, etwas über 50 Prozent überhaupt die Mobile, haben berichtet in ihren Fragebögen, berichtet, dass sie mobile Endgeräte dabei hatten. Aber es ist so, dass wir davon nicht alle sehen konnten. Also es haben sehr viele Studenten berichtet, dass sie Smartphones zum Beispiel dabei hatten. Und die Smartphones haben wir, wir haben zehn Smartphones erfasst und die konnten wir auch, mehr haben wir einfach überhaupt nicht gesehen. Das heißt also, wir haben einfach einen Anteil, also über 300 waren dabei, wir haben knapp 86 Personen, 91 haben wir erfasst. Ja, genau. So hat sich das verteilt. Okay. Ich glaube, das ist dann damit klar, dann können wir einfach weitermachen. Das ist glaube ich wichtig, wie viele Studierende, wie viele Geräte hatten ungefähr. Genau, also das ist einfach wirklich die Selbstauskunft. Wir haben einfach die erfasst, die wir gesehen haben, beziehungsweise wenn wir sehr viele in der Vorlesung hatten, also bei einer kleinen Vorlesung, wo wir genug Personen waren, konnten wir alle erfassen. Zum Teil haben wir randomisiert Studenten in Gruppen herausgenommen. So, wie haben wir das dann kodiert? Wir haben bei den Dozierenden, haben wir zehn Sekunden-Segmente gebildet und haben die mit Hilfe des Tech-Helpers dann analysiert. Und zwar hier auf die Vorlesungsaktivitäten, Vortrag, weiterführende Instruktionen, sind das Beispiele und solche Sachen. Zusätzlich haben wir uns auch die Nutzung von Medien angeschaut, auf die werde ich aber heute nicht eingehen. Bei den Studierenden haben wir alle 30 Sekunden erfasst, was die Studierenden an der Stelle tun. Und da haben wir genau die Studierendenaktivität erfasst, die ich vorhin beschrieben habe. Es ist Facebook, es sind Folien, es sind E-Mails. Wir mussten dann später für diese Verlaufskurven, habe ich die Daten wieder reduziert. Und da habe ich dann bei den Dozierenden die weiterführende Instruktion mit 1 bewertet und den Vortrag mit Minus 1, um einfach zu sagen, okay, wie sehen dann die Verlaufskurven aus. Bei den Studierenden wurden die fokussierten Vorlesungsfernenaktivitäten mit Minus 1 bewertet, Vorlesungsnah fokussiert mit 1. Alles, was peripher war, wurde mit 0,5 bewertet und neutrale Aktivitäten. Zum Beispiel, wenn wir nicht einschätzen konnten, ist das jetzt eine Vorlesungsnah- oder freierne Aktivität, haben wir das mit 0 bewertet. So, wie sehen die dozierenden Aktivitäten während der Vorlesung aus? Was wir gesehen haben, ist ganz sicher, dass der Vortrag über 92% der Segmente eingenommen hat. Und einfach die dominierende Aktivität in einer Vorlesung ist. Wir haben es auch untersucht, dabei handelt es sich um eine monotone Aktivität. Das heißt also, es ist wirklich die dominierende Aktivität, wo es sich ganz häufig um Wissensvermittlung handelt und was nur einfach durch deutlich weniger Beispiele angeführt wird. Aber im Prinzip geht es hier um Wissensvermittlung. Bei den Wiederholungen, bei den anregenden Instruktionen, haben wir zum Beispiel Wiederholungen dabei gehabt. Diese Wiederholungen sind zum Teil ganz, ganz kurz. Das heißt also zum Teil unter 10 Sekunden, wo die Dozenten sich hier aktiviert, wo die auf Wiederholungen eingegangen sind. Ich lese gerade hier, dass die bei den Beobachtungen sich anders verhalten. Weder die Studenten wussten, dass sie beobachtet wurden, noch wussten das die Dozierenden. Es wussten die fünf Dozierenden aus den Vorlesungen, die sie erfasst haben. Aber bei den Veranstaltungen, die meisten haben wir aus dem Internet gezogen. Das heißt, hier haben wir eigentlich, die Dozenten wussten nicht, dass ihre Veranstaltung, die ist wirklich frei im Internet verflügbar, ist da, da sollte man eigentlich dieses Beobachter-Paradoxon ausschließen können. Wie sieht es mit den Aktivitäten der Studierenden aus? Und da ist eigentlich dieser Ablenkungseffekt, der immer wieder befürchtet wird, den haben wir hier auch tatsächlich gefunden. Es ist so, dass über 50% der Zeit, wo wir Studierende mit mobilen Endgeräten gesehen haben, die sich auch mit vorlesungsfernen Aktivitäten beschäftigt haben. Vorlesungsfern hat zusätzlich noch bedeutet, dass sie diese auch fokussiert benutzt haben. Also sie haben, wenn sie Facebook geöffnet hatten, haben sie Facebook auch wirklich benutzt, wobei hier sehr viele Aktivitäten auch drin sind, wie zum Beispiel Videospiele oder Computerspiele oder Videos, was an sich schon eine sehr fordernde Aktivität ist, wo einfach auch die Aufmerksamkeit auf dem Computerspiel ist. Bei den vorlesungsnahen Aktivitäten, die waren deutlich weniger, ist es so gewesen, dass hier die Verteilung zwischen peripher und fokussiert sehr verteilt war. Das heißt, viele Studierende machen den Vorlesungssatz auf und können sich aber dann damit nicht wirklich aktiv auseinandersetzen. Das heißt also, sie können keine Notizen in den Foliensatz machen. Und das ist dann an der Stelle, ja, sie haben den Foliensatz offen und, ja, der ist offen. Und sie machen irgendwas anderes. Zum Teil hören sie zu, zum Teil lenken sie sich nebenher ab. Wie, also wenn man das jetzt hier genauer sich anschaut, wie sich diese Aktivitäten verteilen, sieht man hier, dass verschiedene Studenten fokussierte Mediennutzung ist ganz sicher. Die Notizen sind die fokussierte Mediennutzung, während der Foliensatz häufiger peripher genutzt wird. Wobei aber wir hier eine Gruppe dabei hatten, die wirklich Notizen machen mussten, weil der Dozent keinen Foliensatz zur Verfügung gestellt hat. Und das hat unsere Zahl hier ein wenig nach oben geschoben. Von den vorlesungsfernen Aktivitäten sind es ganz sicher die vorlesungsfernen Webseiten, die die Studenten nutzen. Die sind sehr heterogen. Das heißt also, verschiedene Studenten gucken sich Musikportale an, andere gucken sich Webcomics an. Also da ist auch sowohl die Zeitdauer, die damit verwendet wird, als auch, ja, was sie damit genau tun. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wie ich eben schon gesagt habe, viele Studenten nutzen, oder in dem Fall waren es halt so etwas über 10, Studierende spielen wirklich Computerspiele in der Vorlesung. E-Mails, die immer wieder als der Ablenkungsfaktor in Studien herangezogen werden, treten in der Praxis deutlich seltener auf, als man eigentlich gemeint hat. Wenn ich jetzt, ich habe ja gesagt, ich gucke mir danach auch noch den Verlauf an. Also ich habe erst die Dozentenaktivität, dann die Studentenaktivität mir angeguckt, jetzt den Verlauf der Dozierendenaktivität in Vorlesung. Und was man hier sieht, ist eigentlich auch genau das, was man eigentlich auch schon in den Zahlen gesehen hat. Eigentlich dominiert der Vortrag die ganze Zeit. Also hier geht es eigentlich wirklich ganze Zeit, zum Teil sind alle 21 Dozenten in ihrem Vortrag. Diese anregenden Instruktionen, die man immer mal wieder unten drunter sieht, kommen häufig daher, dass mal Fragen gestellt werden. Und ein Dozent hat 21 Fragen gestellt. Und die sieht man dann hier in diesen anregenden Instruktionen. Bei den Studierendenaktivitäten zeigt sich ein anderes Bild. Und zwar insofern, dass eigentlich in der ganzen Zeit immer mehr Studierende in vorlesungsfernen Aktivitäten sich befinden, als in vorlesungsnahen. Das heißt also immer dann, wenn sie unterhalb der Nullachse sind, haben wir vorlesungsferne Aktivitäten über den Durchschnitt. Und das haben wir eigentlich bis zwischen Minute 45 und, ja, es ist dann 53, ist das eigentlich die wirklich dominierende Aktivität. Diese paar Minuten zwischen, also diese Spitze zwischen Minute 40 und Minute 60 ist allerdings ein methodisches Artefakt. Wir haben eine Vorlesung, die in dieser Zeit eine Pause hat. Und das heißt also, die Studierenden, die wir hier nicht mehr erfasst haben, scheinen an sich sehr in Vorlesungen, oder waren sehr in vorlesungsfernen Aktivitäten engagiert. Und die fallen hier in diesem Moment raus. Und dadurch kommt es zu diesem positiven Ausschlag. Was wir hier aber auch sehen, ist ein Verlauf, den auch Stuart und Rutherford gezeigt haben. Am Ende der Vorlesung geht die Aufmerksamkeit doch nochmal drastisch runter. Also was kann man prinzipiell über traditionelle Vorlesungen und Ablenkungen durch neue Medien oder mobile Endgeräte sagen? Studierende vermitteln die meiste Zeit neue Informationen während einer Vorlesung. Und das ist wenig überraschend, weil es ist eine Vorlesung. Hauptsächlich kann man auch sagen, dass Studierende sich, wenn sie mobile Endgeräte nutzen, häufiger mit Vorlesungsfernen als vorlesungsnahen Aktivitäten beschäftigen. Und dass sie häufig mit vorlesungsnahen Inhalten nicht interagieren können. In der traditionellen Vorlesung. Und jetzt ist die Frage, mit der ich mich dann im Anschluss beschäftigt habe, ist vielleicht Technologie die Lösung? Und ich habe hier schon im Chat mal ab und an gesehen, es sind schon Begrifflichkeiten, die sich mit Audience-Response-Systemen beschäftigen, die sich mit Blog-Ansätzen beschäftigen. Und genau das gleiche habe ich dann im Anschluss auch gemacht. Und habe mir angeguckt, reicht diese Technologie wirklich aus, um die Studenten, die sich gerne ablenken möchten, eigentlich wieder in die Vorlesung einzufangen. Und das kann man halt, wie gesagt, damit tun, mit sogenannten Clicker-Systemen, also Audience-Response-Systemen, wo Antworten eingegeben werden, oder auch vielen Technologien, die eigentlich frei verfügbar sind. Also Twitter wird ganz gerne mal benutzt. Und das habe ich jetzt mir genauer angeschaut. Besonders diese beiden Aktivitäten, einmal das Audience-Response-System, hauptsächlich, weil die Audience-Response-Systeme eigentlich das am häufigsten erforschte Mittel sind. Und der Back-Channel, weil er der Technologie-Einsatz ist, der immer wieder auch von Professoren einfach so eingesetzt hat, in Form von Twitter. Audience-Response-Systeme sind eine Möglichkeit, des Dozenten Fragen an die Studierenden zu stellen. Und zwar anstatt, dass er nur einem Studenten eine Frage stellen kann, weil es ist das, was eigentlich in der Realität auftritt. Ich stelle eine Frage, ein Student kann sie beantworten, können mit Hilfe von Audience-Response-Systemen eigentlich eine unbegrenzte Anzahl von Studierenden diese Frage beantworten. Audience-Response-Systeme haben sehr viele positive Befunde in Bezug auf Lernen, Interesse und Motivation gefunden, sodass eigentlich immer wieder gesagt wird, ja, das ist was Positives, wenn es eingesetzt wird. Der Back-Channel ermöglicht den Studierenden eine vom Dozenten unabhängige Kommunikation. Also sie können sich hier einbringen, können Fragen stellen, häufig auch anonym, wie auch bei den Audience-Response-Systemen. Und zum Beispiel Twitter unterstützt diese Aktivität. Also Twitter, man kann einfach Twitter benutzen, hat allerdings verschiedene Nachteile, auf die ich gerne in der Diskussion später eingehen kann, warum Twitter vielleicht manchmal etwas problematisch ist. Das heißt also, auch hier haben wir dann eigentlich die gleichen Fragengestellungen gehabt. Wir haben gefragt, wie nutzen Studierende ohne und mit Unterstützung von Bildungstechnologie ihre mobilen Endgeräte in der Vorlesung? Wie verändert sich der Einsatz und der Einsatz von Bildungstechnologie die Studentenaktivität und verbessert sich dadurch eigentlich diese Verlaufskurve? Die Methode ist eigentlich genau die gleiche. Wir haben auch hier wieder Studierende und den Studenten von hinten auf die Laptops geschaut. Und wir haben hier 75 Studierende untersucht mit 80 mobilen Endgeräten, 34 Studierende aus der traditionellen Vorlesung und 41 Studierende aus einer Vorlesung, die Technologie unterstützt war. Für diese Studie haben wir Backstage eingesetzt. Backstage ist das Projekt, wo Frau Thielusin vorhin gesagt hat, dass ich da seit mehreren Jahren auch mitarbeite. Backstage ist ein Kooperationsprojekt mit der Pädagogik und der Informatik, jetzt hier in München, vom Herrn Professor Brie entwickelt. Und Alexander Pohl ist der dazugehörige Doktorand, der das auch entwickelt und auch einfach mal weitergeführt hat. Backstage ermöglicht es Studierenden, aktiv an den Folien mitzuarbeiten. Das heißt, Studierende können Fragen, die sie haben, auf die Folien direkt setzen und können hier Fragen stellen, Antworten geben, können sie miteinander unterhalten und können hier mit dem Dozenten interagieren. Also ähnlich wie ich Ihre Chatnachrichten sehe, sieht auch der Dozent hier die Chatnachrichten der Studenten, wobei das man sehr unterschiedlich einstellen kann. Da kann ich aber auch gerne nachher noch mal drauf eingehen. Zusätzlich hat Backstage ein Audience-Response-System. Wir haben für diese Studien nur die Multiple-Choice-Items untersucht, weil das einfach auch so ist, wie es in den Studien meistens durchgeführt wird. Die Audience-Response-Fragen hier werden nur Multiple-Choice deshalb gestellt, weil es einfach ist, in der Vorlesung selbst sie auszuwerten. Man bekommt von Backstage selber eine Zusammenfassung. Aber wir können auch zum Beispiel Polls erfassen, wir können auch offene Items erfassen. Es ist nur etwas schwieriger in der Auswertung und deshalb haben wir es am Anfang auch noch nicht gemacht. Und wie gesagt, es ist auch der Stand der aktuellen Forschung. Wie werden mobile Endgeräte von Studierenden benutzt, wenn Backstage auch mit eingesetzt wird? Und während sich bei den traditionellen Aktivitäten, Foliensatz, Notizen machen in den vorlesungsnahen Aktivitäten, nicht so wahnsinnig viel getan hat, sehen wir, dass wenn Backstage eingesetzt wird, ist es die dominante Aktivität. Das heißt also, die Studenten benutzen Backstage, wenn sie es zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wir haben Backstage extra nicht am Anfang des Semesters untersucht, sondern wir sind schon Mitte bis Richtung Ende des Semesters gegangen. Das heißt, die Studenten hatten sich an Backstage an dieser Stelle auch schon gewöhnt. Aber wir wollten eigentlich diesen Neuheitseffekt ausschließen, aber wir hatten ihnen vorher nicht gesagt, wie sie Backstage optimalerweise benutzen würden. Was man sieht, ist, dass die Nutzung von fremden Webseiten auch immer noch wirklich häufig genutzt wird, aber es ist definitiv gesunken. Was man aber auch sehen kann, und zwar bei diesen 36,17, die periphere Nutzung von Backstage ist immer noch über der fokussierten Nutzung. Das heißt also, unsere Hoffnung, dass die Studenten sich dadurch aktiver mit Backstage auseinandersetzen und dadurch mit den Lerninhalten auseinandersetzen, das hat sich leider nicht so direkt gezeigt. Wie hat sich die Studierendenaktivität weiterentwickelt? Hier oben sieht man nochmal die traditionelle Vorlesung. Die sieht relativ ähnlich aus wie die, die ich vorhin in der ersten Studie aufgezeigt habe. Wichtiger ist eigentlich der zweite Verlauf. Und was wir hier sehen, ist, dass sich deutlich mehr Studenten mit vorlesungsnahen Aktivitäten beschäftigen. Die Studierenden benutzen häufiger Backstage, also die meisten von den großen Ausschlägen sind sicherlich Backstage. Und was man auch sieht, wir sehen hier die beiden Audience-Response-Systeme. Das ist einmal diese ganz große Ausschlag kurz nach der 50. Minute und dann nochmal kurz nach der Pause. Was man daran sieht, ist, Studierende verwenden Audience-Response-Systeme wahnsinnig gerne. Das zeigen auch eigentlich alle Studien. Sie verwenden es unheimlich gerne, aber wir haben einen sehr kurzen Aufmerksamkeitsverlust direkt im Anschluss. Das heißt, die Studenten stimmen ab und haben das Gefühl, oh, jetzt habe ich ja Zeit und gehen zu Facebook. Das haben wir hier in den Daten auch sehr schnell sehen können. Insgesamt, also die ersten Daten, die ich gezeigt habe, waren nicht zeitstandardisiert. Diese sind es. Der Vergleich zwischen der traditionellen und technologieunterstützten Vorlesung hinsichtlich der Aufmerksamkeit der Studierenden ist, dass sie sich deutlich häufiger mit vorlesungsnahen Aktivitäten beschäftigen, sowohl fokussiert als auch perifär, während die vorlesungsfernen Aktivitäten noch relativ gleich bleiben und die vorlesungsnahe perifäre Aktivität definitiv dominiert. So, also prinzipiell kann man sagen, in einer traditionellen Vorlesung benutzen Studierende ihre mobilen Endgeräte häufiger für vorlesungsferne als für vorlesungsnahe Aktivitäten. Die lenken sich besonders häufig mit vorlesungsfernen Webseiten, Computerspielen oder Facebook ab. Wenn wir aber technologieunterstützte Vorlesungen machen, sind Studierende, nutzen sie diese Technologien auch und sie scheinen sie auch wirklich sehr gerne zu nutzen. Das ist auch eigentlich das, was wir gesehen haben. Die Aufmerksamkeit geht hin Richtung der Bildungstechnologie. Dadurch, dass die Inhalte von diesen Bildungstechnologien, also nehmen wir hier in dem Fall Backstage, weil das haben wir auch untersucht, die Inhalte sind vorlesungsnah und dementsprechend fokussieren, studieren sich auch mehr auf diese vorlesungsnahen Inhalte und werden wahrscheinlich auch weniger abgelenkt werden. Inwiefern sich das auf das Lernergebnis später auswirkt, ob das eine Auswirkung hat, kann ich an dieser Stelle nicht sagen, weil wir haben uns wirklich mit den reinen Aufmerksamkeitskurven beschäftigt. Aber auch hier sehen wir, die Nutzung ist deutlich häufiger noch peripher. Das heißt, die Studenten sind nicht so eingebunden, wie man sich das von Anfang an wünschen würde. Das heißt also, wir haben durch die Bildungstechnologie mehr Studierendenaktivität, die auch vorlesungsnah ist. Und man sieht auch, dass man diese unstrukturierte Nutzung mobiler Endgeräte in dieser traditionellen Vorlesung dadurch ein wenig reduzieren kann. Aber wir müssen auch höchstwahrscheinlich die Vorlesung selber noch mal ein gutes Stück mehr strukturieren, um überhaupt Raum zu schaffen, diese Technologien einzusetzen. Das heißt, im Moment ist die Nutzung, wie die Studierenden auch die Bildungstechnologien nutzen, ihnen selbst überlassen. Und mithilfe zum Beispiel von verschiedenen Skripten, mithilfe von Räumen, wo sie sich gegenseitig Fragen stellen können und auch angeleitet werden, wie sie Fragen stellen können, kann helfen, hier die Aktivität zu steigern und die Studenten als Gemeinschaft miteinander interagieren zu lassen. Wenn ich also den Vortrag abschließe, ist eigentlich, Vorlesungen dienen der Wissensvermittlung. Und meiner Meinung nach sollten sie das auch weiterhin tun. Also es gibt natürlich auch aktuelle Ansätze, wie zum Beispiel der Clip Classroom-Ansatz, der sagt, nee, die Wissensvermittlung packen wir nach vorne und die Vorlesung selbst geht um den Austausch. Aber meiner Meinung nach verlagert das das Problem. Die reine Wissensvermittlung, so monoton, wie sie sich dargestellt hat, kann negative Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit haben und wir haben auch prinzipiell einen negativen Zusammenhang zwischen der Vorlesung und den Aufmerksamkeiten gefunden. Also der war aber so klein, dass man sagt, es war kaum Zusammenhang stellenweise da. Der Einsatz von Übungen und Diskussionen hat in der empirischen Forschung geholfen, dass Studierende länger Aufmerksamkeit gezeigt haben. Da kann man sich vor allem auch die Arbeit von Blei angucken, der gezeigt hat, wenn man da eine Zeit lang, wenn man die Studenten immer wieder mitnimmt, sind sie einfach aufmerksamer. Das lässt sich zum Beispiel mit Audience-Response-Systemen sehr schön in die Vorlesung integrieren. Außerdem helfen Technologien die Aktivitäten, die in Kleingruppen sicherlich möglich sind, in große Übungen und auf große Gruppen zu übertragen. Weil, während ich mit einer Kleingruppe sicherlich eine Diskussion führen kann, ist es mit einer Gruppe mit 100, 200 Personen doch relativ schwierig. Technologie kann das aber unterstützen, indem sie die Gruppen unterteilt, indem sie die Lautstärke auch einfach reduziert und den Dozenten auch das Gefühl gibt, noch verschiedene Kontrollmechanismen zu haben. Während die Verwendung von mobilen Endgeräten unstrukturiert zu Aufmerksamkeitsverlusten führen kann, kann der Einsatz von Technologien dem auch entgegenwirken. Das hat unsere Studie auf jeden Fall mal angedeutet. Mir ist bewusst, dass das eine sehr kleine Auswahl war, sowohl in der ersten Studie als auch in der zweiten Studie. Vor allem auch in der zweiten Studie müsste man das einfach noch mal deutlich häufiger testen, wobei wir aber in den letzten Jahren Backstage immer wieder eingesetzt haben und wir sehen einfach, die Tendenz ist ziemlich sicher da. Und meiner Meinung nach ist eine Notwendigkeit, die Vorlesung weiter zu orchestrieren. Und so eine Orchestrierung könnte zum Beispiel so aussehen, wie ich das unten abgebildet habe. Man unterteilt die Vorlesung in mehrere Komponenten. Da gibt es auch sehr schöne Arbeiten von der TU in München dazu, wie man eine Vorlesung weiter strukturieren kann. Und da kann ich auch gerne nachher noch mal drauf eingehen. Inwiefern sich die ganzen Arbeiten und die Aufmerksamkeit in Vorlesungen auf den direkten und auch auf den langfristigen Lernerfolg auswirken, müssten in separaten Studien geklärt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Gehlenbaum. Ich starte auch mal wieder meine Webcam. Und wir schalten auf den Diskussionsmodus um. Wir sehen, dass sich parallel zu Ihrem Vortrag schon eine intensive Diskussion entwickelt hat. Da kann man jetzt darüber diskutieren, wie weit die Aufmerksamkeit möglicherweise auch geteilt war. Und dass periphere oder inhaltsnahe Diskussionen waren, die da stattgefunden haben. Erstmal sage ich ganz herzlichen Dank. Und auf jeden Fall zeigte sich in der Diskussion schon deutlich, dass das große Interesse darauf lag, was kann man denn praktisch in der Vorlesung tun, um die Geräte sinnvoll einzubinden. Und da gab es schon verschiedene praktische Vorschläge. Und ich greife jetzt mal einen raus, der von Anfang an auch diskutiert wurde. Und Sie haben es auch schon erwähnt. Sie haben gesagt, zu Twitter kann ich dann auch noch was sagen. Das ist vielleicht das Thema, was am einfachsten ist, weil die mobilen Response-Systeme sicher noch mal ein größeres Thema sind. Vielleicht fangen wir deswegen einfach mit Twitter an. Und ich versuche noch mal ein bisschen die Fragen zu sortieren in der Zeit. Die kommen. Das ist eine Herausforderung. Also, wie gesagt, ich bin ein großer Fan des Backchannels. Die Möglichkeit der Kommunikation und die Kommunikation zu erhöhen, finde ich auf jeden Fall erstrebenswert. Twitter selber hat meiner Meinung nach mehrere Nachteile. Die erste, Twitter ist nicht abgeschlossen. Das heißt, wir können zwar über Hashtags und verschiedene Gruppen bilden, aber wir stellen die Informationen der Studierenden der Öffentlichkeit zur Verfügung. Es gibt auch viele Forschungen mit Facebook. Und wenn man Forschung mit Facebook macht, ist die Kritik der Studierenden eigentlich immer die gleiche. Sie wollen nicht, dass ihre Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Sie wollen es in einem sicheren Raum tun. Und das ist mit Twitter nicht, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, ich sage, es ist schwieriger. Die zweite Sache sind natürlich auch die Datenschutzrichtlinien, die gerade an Universitäten doch sehr hoch sind und auch meiner Meinung nach sehr hoch sein sollten. Die können von Twitter nicht an jeder Stelle bedient werden. Das sind jetzt die zwei eher praktischen Probleme, die man hat, wenn man Twitter einsetzt. Die dritte Sache ist eigentlich eine Problematik, die wirklich in der Nutzung besteht. Wir haben die ganze Zeit über Ablenkung gesprochen. Und Twitter hat einen eigenen Ablenkungsfaktor, weil nenne ich die Nachrichten vom Professor Hand in Hand mit denen von Bastian Schweinsteiger oder anderen Fußballstars über meinen Nachrichten-Account flattern. Und das heißt also, die Möglichkeit, dass ich mich sehr kurzfristig mit etwas anderem beschäftigen möchte, meiner Meinung nach steigt die dadurch. Wenn ich eine Plattform habe, die nur für Lerninhalte genutzt wird, wird dadurch die Ablenkung definitiv nicht null. Das zeigen ja auch unsere Daten. Aber reduziert könnten sie dadurch, könnten sie dann halt schon werden. Wie wird dann Twitter, wenn überhaupt, dann eigentlich hauptsächlich verwendet? Für Kommentare zur Veranstaltung oder auch für Fragen? Gibt es da überhaupt irgendwelche Untersuchungen dazu? Ich kenne keine. Ich weiß nur, dass es immer wieder durch die Medien geistert. Also die Süddeutsche hat berichtet darüber, dass ein Professor in Trier jetzt Twitter in der Vorlesung nutzt. Und ja, was die Frau Lorenz sagt, das stimmt. Man kann mit Sicherheit auch hier mit verschiedenen Einschränkungen arbeiten. Aber das müssen die Studenten dann auch wollen. Und das müssen auch viele der Studenten erstmal können. Das ist halt dann einfach abzuwägen. Also ich glaube, dass wenn man eine Plattform nutzt, die einfach abgeschlossen an sich ist, reduziert man viele von den Problemen einfach viel einfacher. Ich kenne jetzt mal einfach die Frage von Herrn Manderschraus. Wie sieht es aus mit dem Thema der Vorlesung, Fachbereich? Hat das Einfluss darauf oder auch die Art des Dozenten? Wie stark die Studierenden abgelenkt sind? Das konnten wir nicht rausfinden. Was wir gesehen haben bei den Dozenten selber, ist, dass die Unterschiede nicht durch die Fachlichkeit, sondern durch die Personen bestimmt waren. Also wir hatten verschiedene Dozenten der Informatik, der Pädagogik und der BWL. Wir haben keine Fachunterschiede feststellen können. Wir konnten Personenunterschiede feststellen. Also Person 1 hat 0 Fragen gestellt, Person 2 hat 21 Fragen gestellt. Auf die Gesamtnutzung der Studierenden hinsichtlich der Vorlesungsfernen und Nahen Aktivitäten hat es keinen Einfluss gehabt. Was wir aber gesehen haben, ist der Unterschied der Fachlichkeit auf die Mediennutzung selbst. So haben zum Beispiel die Studierenden der Pädagogik deutlich weniger Laptops und Smartphones benutzt, während zum Beispiel BWLer extrem viele sehr High-End-Produkte hatten. Also Tablets wurden viel, viel häufiger oder auch Blackberries wurden viel häufiger in der BWL verwendet. Laptops ist das Medium des Informatikers. Irgendwo zwischendrin war die Anmerkung von Herrn Peters, Responsive-Systeme sind besser als Twitter, Facebook und sonstige Sachen. Und unten, vielleicht kann man das noch dazu ergänzen, weil man die Studis grundsätzlich nicht dazu verpflichten kann, ihre Daten in solchen externen Dingen preiszugeben. Ja, Responsive-Systeme als eigentlich im Moment der Königsweg. Das ist vielleicht eher die Frage, was der Dozent möchte. Es gibt Dozenten, die mit den Audience-Response-Systemen gute Erfahrungen gemacht haben. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, damit möchte ich nicht arbeiten. Ich möchte lieber die Studenten mehr zu Fragen anregen. Ich glaube persönlich, dass man gerade bei den Backchannels, also das, was Twitter ist, noch viel, viel mehr mit Instruktionen arbeiten müsste, also die Studenten dazu anleiten sollte, wie stellen sie bessere Fragen, wie gehen sie besser auf die anderen Teilnehmer ein, wie können sie hier besser interagieren. Die Audience-Response-Systeme decken einfach ein anderes Feld ab. Sie stecken in den meisten Fällen nur die Dozentenfrage ab. Das ist immer die Frage, was der Dozent möchte. Und wie ich auch eben gezeigt habe, auch bei den Studentenaktivitäten kann es bei den Audience-Response-Systemen zu einem Abfall kommen. Den muss man auch wieder einfallen wollen. Ich würde nicht von einem Königsweg sprechen. Ich glaube aber, dass gerade bei den Backchanneln sicherlich noch mehr mit Instruktionen getan werden muss. Zu diesen 140 Zeichen, ja, man kann sagen, die müssen dadurch spezifischer formuliert werden. Das wird häufig als etwas Positives bei den Micro-Blocks gesehen. Bei denen, wenn man eine Nutzung von zum Beispiel einem eigenprogrammierten Backchannel macht, fallen diese 140 Zeichen zum Teil aber auch wieder weg. Also das hat auch Vor- und Nachteile. Hier wird gerade die Frage gestellt, ob bei den Responsive-Systemen auch im Moment noch so ein Neuheitseffekt funktioniert, weil die Studierenden jetzt anders einbezogen sind, die es die Möglichkeit früher nicht gab. Kommt es im Moment gut an? Aber wie sieht es aus, wenn man sich daran gewöhnt hat? Bei uns war es so, dass wir die Studien gemacht haben, damit der Neuheitseffekt schon ein bisschen abgeschwächt wurde, dass wir sie nicht direkt, nachdem sie damit in Kontakt getreten sind. Ich kenne einige Studien von den Audience-Response-Systemen, wo man die Erhebung erst auch gegen Ende des Semesters gemacht hat oder komplette Semester damit begleitet hat. Und trotzdem haben sich diese positiven Effekte eingestellt. Ob man sagen kann, ja, ein gewisser Neuheitseffekt ist vielleicht auch noch da, möchte ich nicht ausschließen. Aber auch auf längere Zeit, ja, Reihenrahmen haben sich eigentlich positive Effekte eingestellt. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle auch noch einschieben. Auf unseren Call zu unserem Thema Special Mobiles Lernen gab es die meisten Rückmeldungen im Bereich eben tatsächlich Response-Systeme. Und wir haben ja auch einige neue Beiträge auf eTeaching.org dazu, unter anderem auch dazu, wie man damit umgeht. Und da wird zum Beispiel sehr stark in einem Text darauf hingewiesen, dass man dann, wenn man nach den Meinungen der Studierenden fragt, natürlich auch die wieder aufgreifen muss. Also nur das Fragen alleine reicht nicht, sondern dann muss man mit dem, was dann zurückgekommen ist, natürlich auch irgendwie umgehen und entsprechend die Veranstaltung integrieren. Auf jeden Fall. Das ist auch das, was ich mit Instruktionen da an der Stelle meine. Sowohl bei den Backchallerns auch als bei den Audience Response. Meiner Meinung nach weiß man auch im Moment noch nicht, welche, wie man Fragen eigentlich bei den Audience Response Systemen idealerweise stellt, damit es zu einem Lerneffekt kommt. Auch da gibt es einfach auch noch sehr viel Forschungsbedarf. Inzwischen geht die Diskussion in die Richtung weiter, wie Sie ja auch geendet haben. Die Aufmerksamkeitsspanne wird eher durch eine gut gestaltete Veranstaltung verbessert als durch Technologien. Sie haben das, glaube ich, Orchestrieren genannt zum Schluss Ihres Beitrags. Was schlagen Sie denn da vor? Wie müsste eine Veranstaltung orchestriert werden? Und wie könnten dann die Technologien entsprechend eingebunden werden? Also, ich glaube auch, dass die Veranstaltung, also Clark hat es ja auch schon gesagt, 94, dass die Technologie alleine macht keinen Unterschied aus. Und das glaube ich auch, und da gebe ich auch dem Herrn Peters recht, das ist häufig ein echtes Problem. Von der Idee her, die wir haben, ist, dass man aber Vorlesungen, die Mithilfe von Technologien einfach für mehr Personen ansprechender und auch aktiver gestalten kann. Und das kann man in großen Vorlesungen, die mit mehreren Hunderten, zum Teil mehreren Tausend Leuten da sitzen, ist es manchmal zum Beispiel auch Fragen zu stellen, die mehr als eine Person beantworten kann. Dafür ist eine Technologie hilfreich, wenn nicht notwendig. Zu der Orchestrierung selbst ist unser Ansatz, den ich auch mit Herrn Pohl verfolge, zu sagen, wir unterteilen die Vorlesungen in kleinere Segmente. Im Moment sind Vorlesungen eine große Wissenseinheit, wo Studierende sich häufig auch nicht so wirklich eine Ahnung haben, was von ihnen erwartet wird. Und wir haben die Idee gehabt, dass man sagt, okay, wir wollen kleinere Segmente, das heißt zum Beispiel mit 90-minütigen Vorlesungen, drei Segmente a 30 Minuten. Und diese Segmente werden dann in verschiedenen Aspekten unterteilt. Das heißt also, wir fangen mit einer Instruktion an, das heißt der Dozent gibt eine Wiederholung, der Dozent macht eine Fragerunde, basierend auf den Zielen, die er vorher definiert für sich hat. Manchmal tun sich auch gerade junge Dozierende schwer zu sagen, was ist eigentlich mein Ziel in der Vorlesung, was will ich heute eigentlich erreichen, ist es die Wissensvermittlung, habe ich vielleicht mal ein anderes Ziel und kann ich das irgendwie kombinieren. Anschließend kommt es zur wirklichen Wissensvermittlung, also Inhalt, das kann je nach Ziel kürzer oder länger gestaltet sein und anschließend danach kommt es zu einem Aufgabenteil. Also das habe ich im Moment als Gemeinschaft beschrieben, wo die Studenten zum Beispiel miteinander was diskutieren können, Fragen beantworten können. Die Vorlesung selber endet immer mit einer abschließenden Zusammenfassung, einem Post-Organizer an der Stelle und einer kurzen Pause, die soll dafür genutzt werden, dass die Studenten ihre eigenen Mitschriften nochmal anschauen können. Da beziehe ich mich hauptsächlich auf die Arbeiten von Roe. Ja, also vielen Dank. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns an der Stelle eben nicht nur über die Technologien unterhalten, sondern auch darüber, was denn das Ziel einer Vorlesung ist, auch über das Konzept einer Vorlesung als solches. Das ist eigentlich ja eine der ältesten Veranstaltungsformen überhaupt und hat sich über Jahrhunderte bewährt, aber eben auch nicht in allem. Ich finde die Frage, die jetzt dazwischen kam, Ablenkung gab es ja schon immer. Warum ist das eigentlich so? Was führt zu dieser Ablenkung? Und natürlich doch nochmal die Frage, verstärken die mobilen Geräte das Ablenkungspotenzial, das es eh schon immer gegeben hat? Also, wenn mir jemand erklären kann, warum das zu Ablenkung führt, ich weiß es nicht. Aber ich wäre sehr daran interessiert. Also, wir hatten eine Studentin, die ist in die Vorlesung gekommen, hat sich die Ohrstöpsel reingetan, hat angefangen eine Serie zu gucken, hat diese nach 35 Minuten abgebrochen, hat Hausaufgaben für ein anderes Fach gemacht, hat sich wieder die Ohrstöpsel reingetan, hat die Serie zu Ende geguckt und ist 25 Minuten zu früh gegangen. Ich weiß nicht, was die Studentin, warum sie überhaupt in die Vorlesung gekommen ist, ich weiß nicht, warum sie prinzipiell Vorlesungen sich anhört. Wir wissen bei Vorlesungen ganz, ganz viele Sachen nicht. Viele Dozenten, mit denen ich auf Konferenzen auch schon gesprochen habe, sagen, ja, die Studenten haben eine Erwartung, dass sie da vielleicht trotzdem was mitkriegen, auch wenn sie zum Beispiel nebenher ein Buch lesen oder stricken. Häufig geht man wegen schlechtem Gewissen hin, das ist das, was ganz viele sagen, wir wissen es einfach nicht. Ob die Ablenkungen durch mobile Endgeräte stärker werden, weiß ich leider auch nicht, weil ich weiß, zum einen kann ich nur sehr, wenn ich nicht das mobile Endgerät habe, kann ich den Leuten leider nicht in den Kopf gucken. Ob die in der Zeit die Planung fürs nächste Wochenende durchgehen, oder so, wissen wir nicht. Was wir wissen, ist eine Forschung von Ivan Risco, der gezeigt hat, dass es schon so ist, dass es ein wenig mehr zu werden scheint. Aber halt auch wieder in einer Studienform, also in einer Studie, wo Leute beobachtet haben und wo die Studenten selber damit drüber nachdenken mussten, waren sie jetzt beim sogenannten Mind-Wandering, also sind sie abgeschweift, hat sich gezeigt, dass Studenten zusätzlich zu der Computernutzung auch noch abschweifen. Ob das aber hier, ob das auch noch zu mehr Ablenkungen hier führen würde oder ob das gleich bleibt, das kann man an der Stelle, also meiner Meinung nach, noch nicht ganz sicher beantworten. Also ich glaube, grundsätzlich gehen wir einfach in die Richtung, was ist das Ziel der Vorlesung und vielleicht auch, dass man natürlich im Großen und Ganzen als Dozent zumindest am liebsten hätte, die Leute wären möglichst wenig abgelenkt und inhaltlich mit dem Thema der Veranstaltung beschäftigt, wenn wir jetzt die Motivation nicht genau wissen. Und natürlich kommt jetzt die Frage, sind Vorlesungen auch noch Zeit? Was der Herr Mandau fragt, ob die Anwesenheitspflicht, nein, es war in keiner der Vorlesungen, die ich erhoben habe, war Anwesenheitspflicht. Das heißt, also die Studenten waren freiwillig da und sie haben trotzdem sich verhalten, wie sie verhalten haben. Also wir kommen auch langsam zum Schluss, vielleicht deswegen, wenn Sie noch Schlussfragen haben, würde ich jetzt dazu einladen, aber doch dann jetzt die Frage aufgreifen, wenn Sie selbst eine Vorlesung halten würden, würden Sie die Smartphones für Live-Abfragen nutzen oder würden Sie doch ganz auf Backstage gehen? Also ich nutze es, ich nehme sowohl die Live-Abfragen, ich nehme den Back-Channel, wobei man aber fairerweise sagen muss, die Vorlesungen, die ich halte, sind meistens in sehr kleinem Rahmen. Also bei Leuten unter, sagen wir mal 25, lohnen sich die Technologien nicht. Dementsprechend, das weiß ich auch. Und wenn man, also aber über einer gewissen Personenzahl ist es sehr hilfreich und ja, dafür setze ich es auch ein. Und ich habe damit sehr positive Erfahrungen gemacht. Allerdings ist es auch so, das verändert ganz sicher die ganze Vorlesung. Das heißt also zum Beispiel, wenn man während der Vorlesung auf Chatnachrichten der Studenten eingeht, weil die Fragen haben, verändert sich dadurch die Vorlesung. Und das muss man dann an der Stelle auch einplanen und auch an der Stelle wollen. Weil, wenn man den Studenten erlaubt, Fragen zu stellen und dann sagt, ja, aber eigentlich, was sie gefragt haben, ist mir egal, dann reduziert sich die Bereitschaft der Studierenden sehr schnell und sehr drastisch. Gut. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, mit dem wir im Moment extrem beschäftigt sind. Welchen Wert hat die Vorlesung überhaupt noch? Wie wäre das, wenn man die Vorlesung aufgezeichnet zur Verfügung stellt? Wobei mir hier immer dazu einfällt, was Herr Lobischach dazu sagt, der ja selber sehr viele Veranstaltungen auf YouTube stellt und dann sagt aber, wenn ich persönlich hingehe, kriegt die Veranstaltung nochmal einen ganz anderen Wert für mich, weil ich sehr viel mehr eingesetzt habe, wenn ich mich Wind und Wetter quäle und dort versammle. Und es ist ja auch ein soziales Ereignis, die Kommilitonen zu treffen und eine Verbindung zu schaffen. Aber da gibt es auch sicher sehr unterschiedliche Voraussetzungen der Studierenden. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle, glaube ich, die Veranstaltung abbrechen und einfach dazu einladen, dass wir uns noch weiter auseinandersetzen, vielleicht auch auf unserer neuen Facebook-Gruppe von eTeaching.org. Einfach, weil die Diskussion so in Gang gekommen ist, aber wir natürlich nicht alle Fragen beantworten können. Und wir haben jetzt ein quasi asynchrones Medium, wo wir weiter Tipps austauschen können oder Erfahrungen austauschen können und uns da einfach weiter im Gespräch bleiben. Deswegen sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, Frau Gehlenbaum und komme zu meinen eigenen letzten Anmerkungen. Genau, ich möchte ganz zum Schluss nochmal darauf hinweisen, was es auf eTeaching.org Neues gegeben hat seit der letzten Veranstaltung und da darauf hinweisen, dass die App-Rezensionen aus unserem Adventskalender natürlich nach Weihnachten nicht verschwunden sind, sondern die interessanten, spannenden Apps aus dem Bereich Lehre, Lernen, Forschung, die von Lehrenden und Studierenden vorgeschlagen wurden, die stehen jetzt auf eTeaching.org unter Materialien Apps zur Verfügung. Dann gibt es einen neuen Langtext von Joachim Wedekind auf eTeaching.org, den wir natürlich auch gerne weiterempfehlen werden. Und dann habe ich es schon erwähnt, eTeaching.org ist jetzt neu auf Facebook. Es gibt eine Seite, einfach öffentliche Facebook-Seite mit eLearning News und es gibt eine Diskussionsgruppe, auf der man sich austauschen kann, zu der ich Sie natürlich ganz, ganz herzlich einladen möchte. Vielleicht können Sie dort auch oder auch hier, Frau Gehlenbaum, noch die Frage von Frau Schulze beantworten. Das Backstage, kann man das auch an anderen Hochschulen verwenden? Eben kam auch noch die Frage, ob es eine Publikation zu Ihrer Studie gibt. Auch die können wir natürlich noch posten auf eTeaching.org. Wenn die Veranstaltung online ist, dann geben wir das, glaube ich, auch noch mal bekannt, dass man es da noch mal nachlesen kann, was Sie untersucht haben. Ich stelle Ihnen die Literatur gerne zur Verfügung und nach Rücksprache kann man auch Backstage einsetzen. Da es immer noch ein Prototyp ist, ist es nicht in unbegrenzten Umfang möglich, aber prinzipiell nehmen wir Anfragen von anderen Hochschulen an und wir versuchen die auch so, also dass wir Backstage zur Verfügung stellen. Prima, vielen Dank. Und dann möchte ich natürlich noch zu unserer nächsten Online-Veranstaltung einladen. Der Titel ist Lernwanderer. So werden Studierende charakterisiert von den beiden Referentinnen immer mobil unterwegs und die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie mobile Technologien das Lernen auf dem Campus verändern. Die Veranstaltung findet statt am 2. Februar, 14 Uhr. Herzliche Einladung und vielen Dank für das Dabeisein heute und für die lebhafte Diskussion und nochmal die Einladung, das fortzusetzen, insbesondere auf unserer Facebook-Gruppe und auch sonst mit Feedback an eTeaching.org. Herzlichen Dank. Vielen Dank.